Erhöht es meine Rente, wenn ich neben der Rente noch Hinzuverdienst habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Eine super Anfrage, diesmal aus unserer schönen Oberpfalz. Sehr geehrter Herr Knöppel, ich beziehe Rente für besonders langjährig Versicherte, mit mehr, also mit 45 Jahren Wartezeit. Meine Regelaltersgrenze beginnt am 1. September 2021. Ab dem 1. April 2021 beginne ich eine befristete Vollzeittätigkeit für einige Monate für das örtliche Impfzentrum des BRK. Wenn mir vom Gehalt unter anderem Rentenbeiträge abgezogen werden, erhöht das meine Rente, wenn auch nur minimal oder brauche ich keine Rentenbeiträge zu bezahlen? Danke und viele Grüße aus der Oberpfalz. Ja, danke und viele Grüße natürlich zurück in die Oberpfalz aus dem Sonnigen Halle. Die Antwort ist relativ einfach. Selbstverständlich erhalten Sie als vorgezogener Altersrentner, wenn Sie neben der Altersrente noch einen Hinzuverdienst haben, der höher ist als 450 Euro, noch ein Zuschlag an Entgeltpunkten für eine Tätigkeit nach dem Rentenbeginn. Und zwar ist Ihre Tätigkeit als vorgezogener Altersrentner in der gesetzlichen Rentenversicherung rentenversicherungspflichtig. Die Versicherungspflicht endet immer am Ende des Monats, indem Sie das Lebensalter für Ihre Regelaltersgrenze erreicht haben. Und zwar ist das bei Ihnen hier der 1.9.2021 oder besser der 30.8.2021. Das heißt also, wenn Sie mit Ihrer Tätigkeit noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und Rentenpunkte in die Rentenkasse eingezahlt werden, erhöht das natürlich Ihre Rente. Und zwar wird dann die Rente berechnet zu dem Zeitpunkt, wo Sie Ihre Regelaltersgrenze erreicht haben. Und ein nächstes, was für Sie auch ganz wichtig ist, Sie müssen sich eigentlich gar keine Sorgen machen, denn diese Tätigkeit, die Sie jetzt haben, dieser Hinzuverdienst, wenn der unter 46.060 Euro ist, und zwar beginnend vom 1.4. bis zum 31.8. oder Ende August 2021, dann wird an Ihre bestehende Altersrente nichts angerechnet. Das heißt also, die wird nicht gekürzt. Und eines möchte ich Ihnen sagen, lieber Anfragender, ich mache hier mal den Daumen nach oben. Ich finde es ganz großartig, dass Sie so aktiv sind und hier in einem Impfzentrum vor Ort den Menschen helfen wollen. Eine wunderbare Geschichte für alle anderen Rentnerinnen und Rentner, die in einer vorgezogenen Altersrente sind. Und es ist überhaupt kein Problem, Sie können während Ihrer Rente auch noch arbeiten, anrechnungsfrei im Jahr 2021 ab Beginn der Rente mit 46.060 Euro, ab 2022 dann wieder brutto 6.300 Euro anrechnungsfreier Hinzuverdienst. Alles andere, was dann darüber hinausgeht, wird wieder zu 40% an die Altersrente angerechnet. Selbstverständlich bekommt man dann immer auch noch zusätzlich Entgeltpunkte anerkannt und die werden immer erst nach der Regelaltersgrenze für Sie berechnet und haben dann auch keinen Abschlag. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.